Liebe Leute was geht und willkommen zu dem Video. Es soll darum gehen, ich werde dieses Jahr zum ersten Mal auf der Gamescom vertreten sein und ihr könnt mich da treffen. Ich werde die Gamescom dieses Jahr am Mittwoch und Donnerstag zu suchen. Die Gamescom ist mitunter neben der E3 die größte Videospielmesse der Welt und die ist jedes Jahr in den Sommerferien und ich presse im August in Köln. Zumindest mit Köln ist das so ein weiter Weg, wir machen es mir aber um da einfach hin zu gehen. So, dieses Jahr ist die Gamescom, ich muss kurz mein Kalender schauen, weil ich weiß das, ich weiß so auswendig, nämlich vom Mittwoch, den 23. August bis zum Sonntag, den 27. August, wobei der Sonntag nur für Fachbesuche ist. Ich habe mir Gamescom Tickets vom Mittwoch und Donnerstag gekauft, am Wochenende meistens immer sehr viel los ist, die mir andere Leute mitgeteilt haben, deshalb habe ich mir Karten vom Mittwoch und Donnerstag gekauft, an diesen beiden Tagen werde ich bei der Gamescom vor Bord sein. Ihr habt die Gelegenheit mich zu treffen, dann könnt ihr mich treffen, am Donnerstag werde ich ein Fantreffen veranstalten auf der Gamescom. Näheres dazu muss noch bekannt geben in Absprache mit Mystery Fox, weil der auch am Donnerstag mit Gamescom geht. Auf jeden Fall werde ich an jedem Donnerstag irgendwie ein Fantreffen veranstalten. Klar, Mittwochs könnt ihr mich auch sehen, könnt es auch in Autocamu oder sowas haben, wobei das hier bei meiner kleinen Anzahl hier, was alles ähnlich ist, wirklich der Fall sein wird, aber wer weiß, Mittwochs und Donnerstags bin ich auf jeden Fall da, könnt ihr mich sehen. Ich wollte auch, oder will, genauso wie ich jetzt sag, zu Gamescom auch Livestreams machen, die wird dann ein Kollege von mir übernehmen, während ich auf der Gamescom bin. All dies muss noch mit einem Kollege von mir abspressen, ob das funktioniert, wie das funktioniert. So, wo war ich denn auf dem? Achso, ja, es werde richtig, bei der Gamescom Mittwoch und Donnerstags präsent sein, also vor Ort sein, Donnerstag werde ich irgendwie ein Fantreffen machen. Ah ja, richtig. So, es ging darum jetzt, wie wir da irgendwas übertragen werden, bezüglich der Gamescom. Ja, ich werde alle Nintendo Events live übertragen, die auf der Gamescom sehen. Ich bemühe mich, eurem Paaren wenigstens auch vor Ort zu sein, wie sie anzusauen. Keine Garantie. Natürlich probiere ich auch Spiele zu testen und so weiter, aber es ist halt so voll, es wird schwer. Aber alles, was irgendwie testen, aufnehmen oder gar mit meiner Capsule Card aufnehmen kann, kommt ihr zu sehen. Denn ich werde auf jeden Fall meine mobile Ausrüstung mitnehmen, spress Laptop, auch wenn es leider der Tress Laptop ist, aber er füllt bei Aufnahmen immer noch seine Dienste. Genauso wie es meine Capsule Card und ein Mikrofon mitnehmen. Wer du beißt vor Ort, was heißt, eh so laut sein wird, dass man eh uns nicht freuen wird. Na, dies nur was Info-Mettwoche. Donnerstags geht es auf die Gamescom. Da habt ihr die Gelegenheit, mich zu treffen. Am Donnerstag werde ich auch ein kleines Fantreffen veranstalten. Die Uhrzeit und den Ort, wo das sein wird, wo es meine Autogramme verteilen werde, werde es noch bekannt geben. Müsst euch freuen, wenn ihr kommen würdet und dabei sein würdet und mit mir die Gamescom erleben würdet. Das war's jetzt von dem Video. Von Fragen oder sonstigen. Schaut euch das nicht, stellt sie in die Kommentare. Da beantworte ich sie. Und ja, demnächst gibt es noch mal Informationen über Fantreffen. Jetzt war mir nur wichtig, also wann das Fantreffen auf der Gamescom sein wird. Jetzt war mir nur wichtig, aha, wisst, aha, es geht auf die Messe. Ihr wisst, wann das ist. Und ja, demnächst passend würde ich sagen, ich danke mal, es ist alles klar. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Äh, ne, ich ist nicht mal im Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es irgendwas spielt oder so oder hoffentlich eben auf der Gamescom. Mach's gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.